Ich kann Sie jetzt nicht fragen, ich habe keine Zeit, tut mir leid. Ich habe sie aber bestellt. Gut, okay, die fährt man eigentlich noch. Hola. Das ist meine Frau. Ja, ich habe sie gefahren, ihr Freund war nicht da, es geht ihr nicht gut. Warst du weg? Nee. Ich dachte, es hätte dich gesehen. Wirklich mutig, so spät Kinder zu kriegen. Danke. Aber Sie haben es ja gut erwischt für Ihr Alter. Kau, kümmert Sie um das Kind? Und Sie haben gelegentlich Zeit, sich nach was anderem umzuschauen. Sehr praktisch. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Hast du es ja schon gesagt, Karli? Was? Ob du es ja schon gesagt hast? Das mit dem Kind. Was dagegen, wenn ich mich... Nein, bitte. Und? Hast du eine Freundin? Ja. Du hast gezögert. Hatten wir eine kleine Krise. Sieht so aus, als ob ich eine Krise hätte? Also jeder, den ich kenne, hat eine Krise. Ich weiß, die sollte man erst in der Lebensmitte kriegen, aber ich glaube, mit unserem Stoffwechsel ist was passiert. Mit unserem Stoffwechsel? Ich weiß, was ich nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020